Da meine Mutter mir befohlen hat, Skywars aufzunehmen, spielen wir nun hier mit dem legendären Enderman-Kit. Dummste Anmoderation, EU, Alter. Ich werde das so machen, dass ich jetzt zu Sparkman rüberrasche mit der Ender-Perle. Und jetzt habe ich falsch rankassiert. Und jetzt haue ich ihn. Nein! Der hat sich weggeportet. Was ist denn ein dreckiger Lümmel? Oh nein! Und? Uh, uh, uh. Ja, ja, das geht, das geht klar. Und da oben ist einer. Digga, nein! Wieso ist er wohl dir? Das gibt's doch nicht! Und jetzt als vergessen habe zu sagen, mit dabei ist hier noch ein sehr professioneller Pornodarsteller. Nämlich der Simon Desu. Ich port mich einfach rüber ohne ein Schwert. Das ist aber echt nice. Nein, fuck! Der folgt mir wirklich. Nein, nein! Scheiße, nein! Ich habe den runtergeboxt, Digga. Ich habe den einfach runtergeboxt. Nein, da kommt der Nächste! Nämlich will ich hier in Sky Wars alle Kids vorstellen. Und ich will kein Nebelnick nachmachen. Kein Ungespielt. Kein Dehner. Und erst recht nicht die Dagi Bee. Und ich werde auch bald wieder das GOMHD-Team fragen, ob die mir die ganzen Kids zur Verfügung stellen. Was die sowieso nicht machen werden. Was? Hä? Was war da los? Digga, einer hackt in unserer Runde. Der hat mir die Kiste gestohlen, der kleine Bastard. Also das, was ich sagen wollte, war, das GOMHD-Team wird mir sowieso keinen einzigen Kid zur Verfügung stellen. Denn wenn man Leute auf GOMHD als Hudensohn-Bastard-Missgeburt beleidigt, dann kann ich das auch sehr gut nicht nachvollziehen. Ich bin in der Mitte, aber ich habe wieder eine Enderpelle. Ich komme dann zu dir. Das ist aber nicht normal! Also Leute, das Enderman-Kit ist auf jeden Fall ein beschissenes Kid. Kauft es euch auf jeden Fall nicht. Aber ich habe was übersehen. Ich als der beste Minecraft-Pvp-Spieler habe die Gaylord-Brille vergessen. Ich kann nichts erkennen mit dieser Brille. Ich popp mich jetzt rüber und starte den Hintern. The fuck? Scheiße! Fuck! Was ist das für ein beschissenes Kid?